Man sagt, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Einige dieser Regeln sind Gesetze, ausgeübt von Autoritäten, Rechtsverordnung. Andere sind ungeschrieben, manchmal gar unausgesprochen. Manieren, Anstand, Moral. Aber was geschieht, wenn jemand einen Schritt zu weit geht? Was passiert, wenn eine Regel zu viel gebrochen wird? Heute Abend. Jörn Simmonds möchte Vincent Heisenberg eine Lektion erteilen, nachdem das Monster aus Hamburg seinen Freund Levaniel brutal angriff. Dies geschieht in einem Last-Man-Standing-Match. Die nie um eine verbale Attacke verlegenen Rott und Flott verschlucken sich an ihren eigenen Worten. Denn sie treten an in einem Tables-Elimination-Match. Und auf dem Spiel steht die gerade von ihnen gewonnene World-Tag-Team-Championship. In unserem Hauptkampf wird Jonathan Gresham versuchen, Robert Dreisker für den feigesten, respektlosesten und unehrenhaftesten Akt in der 16-Karat-Gold-Historie zu bestrafen. Willkommen zu WXW Broken Rules 20.